Das Jahr 1466. Neue galaktische Zeitrechnung. Operationssaal in einem TLD-Forschungslabor. Forschungsstation Juno. Spanne dich. Ganz ruhig. Es ist nur ein winziger Eingriff, sobald der Transmitter für die Fernsteuerung mit deinem Rückenmark verbunden ist. Ähm, warte mal. Mein Partner sagte, ich würde damit meinen eigenen Willen verlieren. Der Thema wurde in erster Linie zu Kommunikationsswecken konzipiert. Aber die Kontrollfunktion... Ermöglicht dir jederzeit Zugriff auf unseren gesamten Wissens- und Erfahrung, Schatz. Du wirst schneller und besser in Gefahrensituationen reagieren als jeder andere TLD-Agent. Ist das nicht erstrebenswert? Ach, scheiß drauf. Wir ziehen das jetzt durch. Hier kommt der Narkosestrahl. Spanne dich. Nimm die Dinge selbst in die Hand. Schnapp dir den Tamer und hilf Kylie bei ihren Abenteuern. Du wirst unsere wertvollste Argentin sein. Perry Roden. Tamer für dein iPhone von AudioGen. Willi bis her. instances glatt四. Herr